Herzlich willkommen zu Dota 2 und müssen ein bisschen gucken, wie die Lanes aussehen, was sie auf ihrer Offlane haben. Würde ich dann etwas picken, was dazu passt, was dagegen passt. Spectre wahrscheinlich nicht, aber hängt ein bisschen von ihrem Offlaner ab tatsächlich. Silencer Ogre, recht nervige Lane. Für den Offlaner. Bristle. Zusammen mit Keeper of the Light. 10 Sekunden zu wählen. 5 Sekunden, René. Hä, warum? Necro ist gebannt, was war es denn? Mir ging das gerade nicht. Das auswählen. Necro gebannt. Ähm, gegen den mit nem... Meepo. Vielleicht nehme ich doch Weaver. Ahem. Polzer fragt gerade, was ich zu führen meine, nach den Buffs heute. Gab es heute ein Patch? Stimmt, PL wäre eine Möglichkeit gewesen mit Keeper of the Light. Oh, das ist ja traurig. Ist ja traurig. Ah, PL wäre, glaube ich, ganz okay gewesen hier. War ein bisschen spät, zwar mit dem Keeper habe ich lange nicht gespielt, aber ist eigentlich eine klassische Combo. Ich habe jetzt an die Laning Phase gedacht. Und das ist einer der Gründe, warum ich, ähm... Okay, ich lasse mal davon. Nun ja, nun ja, nun ja. Ach, ich habe noch gar nicht den neuen Streamingplan mit, äh, den URL-Short, ne? Verknüpft muss ich noch machen. 7 Stunden 40. Gewinnen wir das Spiel? Äh, unsere Lans sind sowieso. Carina hat gleich noch HS-Training. Steht HS für Hearthstone oder ist das was anderes? 30 Sekunden zu Video-Games. 30 Sekunden. Questionable Einstellung und Shadow Fiend. Kleines bisschen heulich. Unser guter Mann. Doch, Hearthstone. Du hast Hearthstone-Training. Was heißt ein Training? Trainierst du dich selber? Trainierst du mit jemandem? Trainier dich jemand? Trainierst du jemanden? Und resolve deine Differenzen. Ein goldenes Traitgeist. Okay, wir silenzieren hier unten. Duell-Lane unten. Duell-Lane unten. Sehr schön, well done guys. Sonst fange ich eigentlich so gut wie nie mit Swarm an, aber in diesem Fall lohnt sich das wahrscheinlich. Ja natürlich ein nice lag, stimmt schon, kann ja überhaupt nichts für. True Story. Fangen wir mal ganz anders an. Gar kein Shokuchi bisher. Ich habe nicht gerechnet, dass der einfach weg geht, sonst hätte ich sicherlich Shokuchi gelevelt. Ich habe nicht erwartet Kotl. Das ist warum ich noch keine Shokuchi habe. Ich habe keine Shokuchi. 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 So, machen wir es mal fertig. Ich warte mal noch auf meinen. So. Wir haben auch die Range erhöht. Schau mal, bin ich ganz sicher warum der Kotl hier weg ist. Aber das kennt man schon öfter so. Manche also so denken die Leute, okay wir haben Early Game, wir haben einen Kill gemacht und jetzt kann man die Safe Lane einfach mal so lassen. Das sieht man relativ häufig. Schauen wir mal. Die Items, die ich jetzt gebaut habe, sind ja auch aus einem bestimmten Grund gerade jetzt kommt der Keeper mal wieder. Also ist der Keeper mal wieder da? Ist jetzt ja nicht ganz so unsinnig. Okay. Okay. Jetzt bin ich bereit. Ich bin bereit. No. ich wenigstens nicht installiere. So, machen wir das mal fertig. Ich kletter nach Kulian auf Shokuchi. Tja, wenn wir hier runterkommen, können wir den eigentlich relativ easy killen. Aber anscheinend haben wir es bis jetzt noch nicht vor. Dann ist er aber raus, Tipeet. Tipeet. So. Als nächstes. Guck mal. Achso, war das... Haben sie das irgendwann geändert eigentlich, was Michael Scott schreibt? Wenn man durch Curse oder Last World Shop, dass man einen Zeilen so trotzdem Int bekommt. Das ist irgendwann angepasst. Das war früher nicht so, oder? Oder das ist tatsächlich eine Sache, die ich einfach nicht weiß. Wäre ja auch gut möglich. Ah. Möglichst, dass ich da was gelernt habe. Seit einem halben Jahr mindestens. Okay. Das kann dann das vorher nicht so sein. Okay. Das wusste ich gar nicht, dass wir es damals scandert hatten. Gut zu wissen. Und danke für die Info. Was? Das ist nicht so. Not yet. These are all damage. Congratulations. Your middle time is your time. It's not time yet. Call them. So, was passiert halt. Wenn wir irgendwie so ein Quatsch hier machen. Wollen wir ziemlich damit zu kämpfen. Der Silence ist jetzt hier unten. Na dann. Okay. Okay. So. So. Ja. Dann wollen wir uns mal den Schritt zur Seite machen. Für den Kollegen 1014. Wir spielen das mal einfach hier. Ich glaube nicht so. Mackie meint gerade, der Endboss aus dem DLC ist der schwerste aus allen Souls-Spielen. Bin ich mal gespannt. Viele meinen, dass aus dem DLC Media der schwerste wäre. Mal gucken, wie der Endboss ist. Bin gespannt. Silencer wieder hier unter. Das wird mir 17 Charges. Das wird auf dem Chip nicht näher. Ich bin hier unter. Ich habe mich abgeholt. Ich habe mich abgeholt. Ich habe mich abgeholt. Nicht so gut geklappt. Urga und Silencer sind wieder oben. So. So. Jetzt mal ein bisschen pushen. Ganz so schnell. Dürfte jetzt nicht wieder da sein. So ein bisschen Druck auf den Tower machen. Hm. Dessera, bitte nicht aufzunehmen. Ich bin nicht bereit. Ja, ist nicht ganz so geklappt. Ja, die Entscheidung unserer Rotation ist zwar ein bisschen sehr seltsam. Das ist das Typische, das ich schon schon erwähnt habe. Wenn der Start gut ist, sind die Leute manchmal so, jetzt mach mal irgendwas anderes. Die Peter wieder einfach raus, ja. Das ist nicht gemerkt mit dem Ulti. Mit dem Trick vom letzten Mal. Dann haben wir das Duell gewonnen. Brauch was wert. Irgendwas. So, schauen mal. Das Spiel wird schwer, aber nicht unmöglich. Das hat die Noto jetzt. Ja, fast. Nicht ganz, aber fast. So, ein bisschen Mana regenerieren lassen. So, ein paar Mal. So, wasser? So, wasser? So, wasser? So, wasser? So, wasser? Zurück, bevor ich ja nicht schädet werde. Hm, das war jetzt ganz okay. Naja, in dem Spiel noch eine Menge zu tun. Da kann auch eine Menge passieren. Ah, da hat keiner denn hier. A golden drake. Das war's. Das war's. Das war's. Okay, der hätte auch einfach wahrscheinlich den Keeper da killen können, aber wahrscheinlich damit gerechnet, dass da mehr noch dahinter stehen. Jetzt machen wir den Desolator fertig. Okay, sehr schön. Das ist doch mal sehr schön. Schade, weil der Bug ist schon tot. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin nicht in der Szene. Das war's. Das war's. Das Reign von Terror ist über. Dyer Korreila ist tot. Okay, den Kurier gekillt. Na, da kann die Vision gerade. Und wir vielleicht noch den Overkillen können. Hmm, in dem Spiel könnte ich mir eine Hurricane Pike vorstellen. Okay. Sieben. Ops, hin da. Hmm. Hurricane Pike. BKB, will ich später auch brauchen. Ich glaube, in diesem Spiel braucht man das. Ich glaube, ich sollte vielleicht einen Axe bauen. Können nicht ganz gut andere mit retten. Aber verlangsamt hat mein eigenes Potenzial sehr. Vor allem mein Split Push Potenzial. Sehr schön. Silence auch schon raus. Ich hablar ja. Ja. Um Darken Spanieren. Man wird mir egal. Was ist das? Es ist noch nicht der Zeit! Wir verteidigen das noch ganz gut. Mipo ist oben. Er ist hier wartet, um jemanden zu fallen. Gut Job. So. Achso, vorhin, ganz am Anfang des Streams, war das noch Dark Souls angezeigt. Das war ein Fehler, das habe ich inzwischen schon geändert, schon fünf Sekunden nach dem Stream. Aber manchmal, je nachdem, wenn man relativ früh da war, zeigt er es immer noch an. Weil es nur gerade gefragt wird. Oh, nice. Sehr schön. Und KB brauchen wir später auch noch. Ich mache es nochmal in linken Sitz fertig, auch gegen Hex. BKB kommt auch noch, das sind ein paar Items, die man in dem Spiel gut gebrauchen kann. Oh, wenn die von der Mitte ist. Würde ich mal unten Druck auf den Tower machen. Map Control und Gate, was sie gut gebrauchen können. Na, jetzt sehe ich sie. Hätte ich auch ein bisschen länger da bleiben können. Naja, bisschen Druck auf den Tower unten, nicht wahnsinnig viel. Aber ein bisschen. Ich habe leider aber noch kein Lincolns. Ich habe auch noch nicht, wenn die Bumse das nicht, was sie nicht verändern können. Ich habe leider nicht mehr. Das sind die Bumse zu schützen. Ich habe leider nicht mehr. Es ist die Bumse. Ich habe leider nicht mehr. Und da wäre nicht mehr. Ich bin die Bumse. Ich kann es nicht mehr. Top tower under siege. Not yet. Not yet. Sehr schön. So, als nächstes in dem Spiel machen wir erstmal die Hurricane Pike fertig. Ein bisschen mehr Int, ganz gut. Und dann gehe ich auf den BKB. Okay. 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 So. Für viele mein Fremdwort. Na, den Tower in der Mitte kriegen wir auch so. So. Das mal fertig. Ganz so defensiv muss ich jetzt nicht spielen, deswegen gibt es erst das MKB. Und dann vielleicht... BKB, die beiden KBs. Bisschen Spielraum jetzt. Auch dadurch ist eine Hurricane Pike. Und dann vielleicht... BKB, die beiden KBs. Ein paar Autotecks weniger, wird man auch mal mehr Lastets bekommen. Hm? Caught. Kann ich hier sein? Immortality! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! So, wenn ich die Schreins nutzen, sollten wir nutzen... Ich bleib noch mal im Ballberg jetzt. Sollte man nutzen, wenn es da drauf ankommt. Oh, ich bin ja kein Depp. 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 geben 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 Ich versuche ein bisschen, die Splitpush-Möglichkeit zu eröffnen. Schneller! Die Unterbewerber sind bislang und ger GIRш-Möglichkeit von natura-Bud grains跳meten pe By. Hä?? Gerade ging das voirmen nicht? Jetzt glaube ich das Timing ein bisschen für die Kutz. Okay, da hat er ganz offenkundig Vision. Okay, da kann ich keinen bleibenden Schaden anrichten. Ich glaube nicht, dass ich lang genug da bleiben kann, um wirklich die Mallywags zu killen. Deswegen. Oh, passende. Mipo ist in der Nähe. Mipo ist in der Nähe. Mipo ist in der Nähe. Autsch. Haben die P.A. erwischt. So, MKB. Dafür das BKB, ganz gut. Doch, ich meine, ich habe genug Geld für das MKB, ja, aber nicht für MKB und Buyback. Und das Spiel verlieren wir nur noch, wenn wir keine Buybacks haben, sonst ist alles easy. Den Magic Mund kann man auch da mehr verkaufen. Der lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Wollen wir die längst bisschen raus poschen, die Schreine holen. Machen wir mal ein MKB fertig. Boah, bin ich lange tot? Brauchen Level 25, dann kriegen sie mich auch nicht mehr, wenn ich nicht sehr unvorsichtig bin. Und umgekehrt, wenn ich recht vorsichtig bin, sollten sie mich nicht so leicht bekommen. Wir haben zwar wenig Vision gehabt und so. Aber trotzdem. Naja, dich habe ich da schon kommen sehen. Okay, Kines. Ich bin leider kein Level 25. Ja, fast, denke ich habe nicht mal erreicht. Bin ich ganz sicher, was der Kampf da war. Bin ich ganz sicher, was der Kampf da sollte. Ich hätte auch gar nicht versuchen sollen, denen noch zu helfen. Ich bin ganz sicher, wie immer gewählter aus. Und man ist ein Heususe. Seit allerersten Minute. Das war eigentlich noch vorher. In der Lobby schon. Ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher. So, endlich mal vernünftigen Movement Speed. Der geile Sound von Roshan jetzt. Badam, badam. Meepo-Buyback. Wert-Buyback. Leider nur Kotel und Patsch. Be careful, don't die with your Buyback on Cooldown. They just bought back, you can go back as well, it's alright. Das ist die sichere Variante, bevor wir riskieren, dass wir da vielleicht sterben mit Buyback auf Cooldown. Und dann sehen wir nämlich alt aus. Badistar fragt, wenn wir Dark Souls gespielt. Dark Souls für heute schon vorbei. Jetzt steht Dota auf dem Programm. We should wait for Buybacks to be off Cooldown, that's what we should wait for. The only way we lose the game now, if we have no Buybacks. I'm not ready! I'm not ready! Es ist nicht die Zeit, die Immortalität. Ich will herausfinden, was passiert, nachdem du sterben. Nein. Nicht noch. Es ist nicht die Zeit. Sie schrauben sie. Zeit, die Polen! Die Polen! Die Polen! Die Polen! Deine Polen wurde verletzt. Oh, Ah, war ein Versuch vom Meepo. Wenn wir alle keine TPs haben oder alle da sterben, damit wir es was werden können. Wir müssen warten. Okay. 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 Nein, ich will noch Leute killen. Tja. Das war ein selten bescheuertes Spiel. Haben dem Bristleback halt ein krasses Early Game geschenkt. Ich habe auch ein paar doofe Fehler gemacht. Aber ich habe halt auch mit anderen Sachen von meinem Team gerechnet. Und dann kam das alles zusammen und das war ein ganz schöner Scheiß. Also es war ein sehr bescheuertes Spiel. Echt recht dämlich. Aber naja, dafür ist halt auch Weaver wieder gut. Da kann man sich auch von so ein bisschen blöden Anfang erholen. Und dann hat man viele Möglichkeiten. Man kann auf Teamkämpfe gehen. Man kann Pickoffs suchen. Man kann Split pushen. Und Weaver ist in allen drei Kategorien relativ gut. Mit bisschen Farm. Und deswegen geht das Spiel dann so aus. Der Stellarfin hat noch relativ gut gespielt. Da war viel Müll gelabert. Und was der Keep of the Light am Anfang gemacht hat, ich habe das auch nicht ganz verstanden. Wollte zu viele auf einmal. Ich denke, da wären wir auch besser gefahren, wenn wir uns vielleicht am Anfang ein bisschen auf die Safe Lane konzentriert hätten. Aber ja. Insgesamt. Ein Easy-Spiel. Ah, stopp. Nicht drei Regionen suchen. Vielen Dank. Ohne Russland. Und tschüss.